Juli 1998, Raccoon Forest. Das Alpha Team fliegt über den Wald auf der Suche nach unserem braven Team von Stars. Es ist einfach verschollen. Wir müssen landen, landen, wir können aber nicht landen, zu viel Nebel im Wald, wir können nicht landen, landen, wanden. Genau, der Nebel war zu viel. Und auch im Fernsehen berichteten sie über die ersten Leichen, die damals gefunden wurden. Ich erzählte Jill davon, doch sie glaubte mir nicht und sagte, ich sei verrückt. Sie schickte mich zu Wesker und er bot mir Therapiestunden an. Ganz komisch. Naja, doch dann geschah es. Schau Chris, da unten, siehst du's? Ja, dort ist der Helikopter von unserem braven Team. Yo, yo, yo Leute, hier am Start ist für euch Jojo und Joseph. Hier ist das Home-Video für Big Mama. Mom, hier kannst du meine Arbeit begutachten. Cool, oder? Wow, ist das Blut? Oh, ja man. Oh, Kevin, Alter, verdammt. Echt unnötig, man. Ekelhaft. Was ist das denn? Esther, wo bin ich hier? In einem Wald? Ganz ruhig, Junge. Hier ist nichts, bevor du dich fürchten musst. Was war das? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Sandwich. Gruselig. Yo, ein nächstes Video. Oh mein Gott. Oh, mich passiert uns nichts. Oh Gott, hoffe, mich passiert Joseph nichts. Huh? Wow, oh. Ich dachte, da wäre jemand hinter mir. Ich hätte so ein kurzes Kribbeln im Nacken. Hm. Ich habe Lust zu ballern. Vielleicht doch Chris da vorne. Zwischen die Schulterblätter, ein Schuss und er ist weg. Und Jill gehört mir. Oh, Jill, oh, sie ist heiß. Oh, was war das? Was war das? Oh nein. Joseph, ich glaube, er lebt noch. Ja, er bewegt sich noch. Er lebt noch. Ich sehe es. Joseph, hab keine Angst. Es wird alles wieder gut werden. Joseph? Ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade so geletzter Sekunde. Komm mit, Jill. Lauf. Lauf um deinem Leben. Oh mein Gott. Ja. Verdammt. Fred. Wohin fliegt er? Ich weiß es ist Fred. Oh nein. Ich darf mich da nicht umdrehen, aber ich mags. Psch. Was guckst du so? Danke, Wiesko. Überall. Oh, ganz mit der Sandwiches. Hm, Hunger. Immer weiter schießen. Los, Jill. Renn zum Dixi-Klo. Was?